Ihr merkt schon, ich bin Profi, gell? Und wenn ich was kann, wenn ich was wirklich kann, dann ist es in kürzester Zeit Stimmung runterziehen. Und dann bleiben wir doch gleich unten, weil das nächste Lied, das ist ein bisschen was Ernsteres. Weil das ist so ein Programm, das muss ja zweimal 45 Minuten dauern und da kann es nicht nur Highlights geben, ja. Und deswegen kommt jetzt was Ernsteres, also das nächste Lied heißt Tick-Tack. Und es geht darum, dass ich nie Zeit habe und das liegt einfach daran, weil ich noch so jung bin. Ja, weil ich so viel Zeit damit verbringe, meine Zukunft zu planen. Und deswegen ist der alte Leid oft langweilig. Das Lied dauert auch nicht so lange, weil da habe ich auch ganz wenig Zeit gehabt, wo ich das geschrieben habe. Und danach wird es wieder besser, also nur falls jetzt einer sich denkt, na, also danach wird es dann wieder besser. Die Zeit, die bleibt nicht stehen, die ist verdammt zum Vergehen und mir mit ihr. Wir gehen mit der Zeit ein Stück Richtung Endlichkeit. Unser Herz, das bleibt dann irgendwann stehen. Doch die Zeit wird ewig weitergehen. Ich hasse das Geräusch von meinem Wecker, der jeden Morgen nach mir schreit. Doch da hilft kein Blecker, kein Verstecker. Es ist aller Hex die Zeit. Tick, tack, tick, tack. Hängt mir die Zeit im Knack und dreht mich an, bis ich nimmer komm, bis ich im Bett flack, kaputt und kauf. Tick, tack, tick, tack. Hängt mir die Zeit im Knack und dreht mich an, da kann ich rennen, kann ich rassen. Ich komm mir nicht davon. Ich weiß nicht, was soll ich machen, was wird wohl das gescheiter sein. Lass es mir gut gehen, lass es grahen. Kann sein, dass ich es nachher bereue. Möglichst jung, möglichst früh verdienen. Das ist das, was zahlt. Sollte dann mit 40 kaputt sein, nimmer keiner. Hab ich wenigstens ein Geld. Doch von der Monschwe und der Bandschein, die vorfällt, kann man sie in den Freikaffer mit kaum Gold, da wollt. Tick, tack, tick, tack. Hängt mir die Zeit im Knack und dreht mich an, bis ich nimmer komm, bis ich im Bett flack, kaputt und kauf. Tick, tack, tick, tack. Hängt mir die Zeit im Knack und dreht mich an, da kann ich rennen, kann ich rassen. Ich komm mir nicht davon. Und in meiner Lage stellt sich auch noch die Frage, soll ich den Mohn, den ich jetzt hab heut, ne? Oder soll ich mal für ein Jahr, ein Ur-Uhr-Euden? Er dat dann schneller sterben und ich dat eher erben. Denn es schaut nicht so rosig aus mit meinem Traum vom eigenen Haus. Denn das Geld auf meinem Konto wird niemals genügend sein, weil ich gar nicht so schnell sparen kann, wie die Preise steigen. Tick, tack, tick, tack. Hängt mir die Zeit im Knack und dreht mich an, bis ich nimmer komm, bis ich im Bett flack, kaputt und kauf. Tick, tack, tick, tack. Hängt mir die Zeit im Knack und dreht mich an, da kann ich rennen, kann ich rassen. Ich komm mir nicht davon, da kann ich rennen, kann ich rennen, die Zeit ist das Feier, indem wir verbrennen. Applaus